Dass die Panita und die Susche nicht mitgekommen sind, ist falsch schuld, Leopold. Ist sie nicht ausgegangen, Oma? Warum ist denn gerade heil rausgegangen, die Panita? Ausgegangen ist es sich nicht! Ja, die Panita spricht jetzt ein bisschen Deutsch und versteht, was der Leopold den ganzen Tag für ein Schmander herrät. Und weg quasi! Oh, äh... Jetzt gibt es hier! Ist denn das Fleisch hier alles frisch? Wenn Sie herlangen, können Sie sogar noch den Puls füllen. Ah! Sagen Sie Ihrem Kind, der soll mir die Echen loslassen! Auf der Stelle! Das ist ein französischer Toilpudel. So ein Rassan kostet mehr als jemals verdient werden. Was war jetzt das für ein Gefährt? Mercedes-Höfz. Wenn die ein Auto wäre, die wäre ein Ferrari. Wiederschauen! Und während die Mary und die Kids weg sind, werde ich den Ferrari starten. Fotografieren Sie unsere Kinder? Das handelt sich um ein Missverständnis. Der junge Mann fotografiert mich. Harkbomb kaputt! Kann der Herr Kranführer den Unfallhergang vielleicht ein bissl genauer schildern? Ein mieses Karma-Handit in Neuhofers. Du, das magst du nicht einmal geschenkt. Wer jetzt? Eberhofer! Wie ist es so angekommen, dass Sie sich wieder ermitteln? Haben Sie sich wieder Mausshauter sehen? Ich fühl doch nur Ihren Auftrag aus. Meinen? Haben Sie was eingeworfen? Eine Ekstasi? Oder was? Aber auch, gell? Sie verrennen sich da in was. Jeder Unfall ist gleich ein Mord. Ich will da auch anständige Spurensicherung. Und ich hätte gerne ein Sektvielstück mit der Christine Neubauer. Schauen wir mal, wer das Glück hat. Drei Viertel einer Familie ausgerottet in kürzester Zeit. Hammer, oder? War schon echt ein Dreifachmord. Gratuliere zum Triple. Sie sehen Gespenster, Eberhofer. Es gibt keinen Neuhoferfall. Ende der Diskussion. Cause you're a dick sucker, motherfucker. I burn the shit out of your brain. You burn. You burn. Welcome to the land of pain. Susi, jetzt warte halt. Oh nein, Susi! Du bist ein Schwein. Ein Hinterfurziges. Sssst! Sag euch her, was du angekriegt hast! Der ist'n plötzlich der Frugfahren, wie er umgesenkt, die Sau. Keine Sterne im Hotel. Ey, Blitzinger! Ist alles klar? Sie schlägt's in seinem Karton. Oh.